Hast du Lapis? Soll ich Chef 2 machen? Ja, gib mal bitte Soll ich Chef 2 machen? Ja, klar Ja, ich hab jetzt ein Dierschwert mit Chef 2 Moment, ich muss mal auf mich schalten Und ich ver... Was? Uh, soll ich mein Eisenschwert auch noch auf Rückstoß 1 verzaubern? Oh ja Habe ich gemacht Scheiße, kannst du gerade verzaubern irgendwie, weil bei mir gibt's nur Scheiße Was gibt's bei dir? Warte Rückstoß 1 und Schärfe 1 Ja, okay, das ist gut Was soll ich machen? Nur Rückstoß und Schärfe 1 Also hier ist ein Feld mit Schärfe 1 und 1 mit Rückstoß 1 Wie hast du denn Rückstoß, äh, Schärfe 2 bekommen? Ja, das stand da ganz unten Oh, da hat es 3? Weil ich noch Level hatte Was? Da hat es 3? Ne, ne, ne Ja, okay Mach Schärfe 1 einfach Nicht Rückschuss 1? Ne, Schärfe 1 Bitteschön Okay, nice Ähm Wie viele Dias hast du? Ich hab noch 5 5 Baut dann hin Wie macht man nochmal ein Dings? Ein Amboss? Äh, wir brauchen dafür Eisenblöcke Habe ich Oben die obere Reihe Eisenblöcke Dann in der Mitte ein Eisen und unten die 3 Felder Eisen Achso, keine Blöcke mehr Geil Wieso? Hehe Ich sortier hier schon mal so ein bisschen aus Was denn? Ich hab jetzt 2 Schwerter mit Schärfe 1 Eisenschwert und Dierschwert Das ist ja auch das Boah Das ist ja der nächste Saft Sorry Ja, okay Ja, okay Dann brauch ich schon ab Geh Dings wieder mit Und go Sag, wir haben schon mal Schärfe 1, Alter Wir brauchen dann nochmal ein Dierschwert mit Schärfe 1 Ich hab sch... Ich hab ein Schärfe 2 Schwert Was willst du? Sollen wir tauschen? Nö Oh komm Ich bin doch besser Ja gen... Ja Deswegen ja Das kommt jetzt doch Sollen wir mal aufmachen Wickeln? Wickeln Wickeln XP Mach mal da auf Was ist da? Nix Nur Scheiße Weiter, 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 weiter Sollen wir uns nicht hier irgendwo runterbauen? Warte Noch mal Weil jetzt sind wir echt Gut weit weg von der Rollcowder Rollcowder Können wir machen Oder sollen wir uns einen Berg irgendwo einbauen? Nö Scheißegal Bauen wir uns einen Berg Bauen wir uns einen Berg Bauen wir uns einen Berg Oder... Ich komm von... Von... Oben gleich runtergesprungen Mach... Ne, mach du Weil ich kann ja eh keine Koordinaten machen Bauen wir uns zu Höhe 11 Bauen wir uns einfach runter Und dann machst du runter Geben wir die Schaufel Guck mal wir haben so viele Sachen Hast du noch nicht mal die Schaufel gemacht? Dö Mach doch nur eins drunter Nein Ich hab keinen Bock da unten in Lava zu fallen Ja Ich kill dann hier oben auch was Ne Ja Bessen kann man immer gut gebrauchen Ja So 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 Sp So 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 ich hab hier das abbauen das ist so aus als du es jetzt weggemacht hättest guck mal, ich hab hier ich kann jetzt einfach hier so hin du bist dort hast du auch für mich einen geholt also mach hier hier ist ja gerade ein bisschen da boah, geile Höhle ja ich baue mal hier durch weil da hinten gibt es eine Schlucht so, sind wir auf Höhe 11? nee da wollte ich schon mal runter auf Höhe 11 wir sind höher 28 ok, jetzt muss ich nur noch ein bisschen runter 27 26 25 direkt was ich finde ist ein Smaragd wow wow ich hab hier ne Höhle nee, den Smaragd nehm ich nicht mit wow was hast du? selber Fische, komm mal zu mir ich hab die Höhle hier so, dann lass uns gleich schnell noch auf Höhe 11 bauen und dann, äh was denn? schock mich doch nicht man sollte man sollte man sollte keine Leute mit einem Diamant-Scherz-Chef 2 stoppen nein ich hab ein M-Wild pass auf, da sind viele da oben sind noch mehr hallo Guten Tag! Sieht so aus, hier war einer! Guck mal! Sieht aus wie so ne Treppe hochgebaut worden! Ja und hier... Aber... Nein, das ist unsere Höhle! Unsere Schlucht war das! Ich hab hier hochgebaut, glaube ich, ja! Das war mir nicht! Doch, die waren mir, glaube ich! Hilfe! Lass einfach mal runterbauen! Boah, ich hab dich fast geschlagen, Alter! Nein! Junge! Lass, bau dich jetzt mal auf... Äh, bitte schnell! Einfach runterbauen! Wenn du mich beschützt... Bau so ne Treppe runter! Ja, bau dich so runter! Junge! Bist mir im Weg! Wir müssen unten direkt ne Kiste hinmachen, weil mein Inventar... Scheiße! Noch 3 Minuten! Okay, mach schnell schnell her! Mal vorher auf und dann schnell die Kiste mit, äh, mit Dings! Mal vorher auf und dann schnell die Kiste mit, äh, mit Dings! Schalte! Schau mal den Emmerwood mit! Ist hier ein... Emmerwood! Wir haben jetzt insgesamt 3 Emmerwoods! Ach! Ach, ne! So! Sind wir auf der Elf? Ja! Okay! Schnell mal sowas... Unterschlupf bauen! Dann brauchen wir Clean Zone für Dings zu machen, hier, ne? Hab ich nicht! Ja, müssen wir dash... müssen wir irgendwo auf und warten! So, machen wir jetzt ne Kiste hin! So, machen wir jetzt ne Kiste hin! Backpunk! Backpunk! Ich hab kein Holz! Gib mir Holz! Hilf mir welches zu! So viel brauch ich jetzt auch nicht, aber okay! Wir brauchen noch 2 Stacks! Ich hab nur 1 Stack Schwarz-Leuchtenholz! Und 1,5 Stacks Heuchtenholz! Okay! So! Ich muss noch das Schild dran schreiben! Team! Hashtag! Digga! Ist das Spannung wohl wieder hier! Jo! Wie viel Gold wir einfach mal haben! Geil! So, jetzt hab ich mit ne persönliche Schaufel gemacht! Ja, ich hab ja jetzt eine! Lass schnell das irgendwie anbauen! Das Zuckerrohr! Ich hab das in die Kisse reingetan! Wir müssen das schnell anbauen wieder! Hast du jetzt Sand? Nee! Aber auf Erde biegt das auch! Mach erstmal ein 4x4 Dings Wasser! Okay, mach ich! Warte! Und! Wie viel Zeit ist das noch? Eine Minute! Okay, lass das was was! Hier unten! Mach dein Wasser hin! Okay! Haben wir Erde? Nein, ne? Doch! Hast du Erde mitgenommen? Ja, ich hab's im Moment! Alter! Holy shit, Alter! Boah! Schon wieder kaputt! Noch 30 Sekunden! Warte! Warte! Äh! Komm! Hier! Klanz! Ich hab keine Zeit mehr! Okay! Noch 10 Sekunden! Noch 10 Sekunden! Okay! Ich brauch das Heer grad noch bisschen! Goodbye! Drei! Zwei! Eins! Tschüssi! Tschüssi! Ist immer voll, jetzt kommt einer! Ja, Mann, Alter! Ich bin ganz alleine! Uh, ich hab noch 3 Minuten! Alter, Schwede! Oh mein, das ist ein Platz für das Zuckerrohr! Junge, 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 Alter! generinfelte Spannung Sohnundestlühe So, dann tun wir das mal in die Kiste hier Alter Ähh... wehhh... Wo ist das? Das ist da So jetzt kann ich wieder musik hören ja jetzt kannst du wieder musik hören das mache ich denn da ja ich möchte auch raten ich glaube jetzt haben wir auch ein bisschen Zeit um hier zu farben zu können aber wie nah die Borda war dass sie nicht noch ein bisschen weiter war oder wir weiter nach rechts gegangen wären sonst wären wir Out of Map und Tod was eigentlich sehr unnötig ist hier jetzt 25 Sekunden und dann war es das auch für mich heute Bist du gekickt? ne noch nicht gleich ich hab Hunger schon wieder ne vorhin hatte ich keinen Hunger und bing bin gekickt worden ok Leute wenn euch das Video gefallen hat lasst doch ein kleiner Like da wenn mich dich freuen abonniere mich das schneide ich mal hochkant raus ok nein bis zum nächsten mal haut da rein ciao mit V tüdüdüdü